Ja, Hallihallo liebe Leute, hier ist Dietmar vom Motorradtest.de und dann und wann machen wir ja hier auf unserem Kanal auch so Tech-Videos, wenn es neues Kameramaterial vor allem gibt und das ist heute mal wieder soweit. Und zwar zeige ich euch heute eine neue Action-Cam von Insta360, nämlich die Ace Pro. Das ist, wie ich finde, eine besondere Action-Cam, gerade für Motorradfahrer, super geeignet. Warum das so ist, verrate ich jetzt noch nicht, aber auf jeden Fall haben wir ja im Laufe der Jahre schon alle möglichen Action-Cams ausprobiert von GoPro, von DJI, von was weiß ich nicht wem. Und in der letzten Zeit hat sich hier die Ace Pro tatsächlich als unsere Lieblings-Action-Cam herausgestellt. Sogar Volker, der eigentlich mit Kameras nicht so richtig was am Hut hat, will sich jetzt eine kaufen. Und ja, also das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Action-Cam. Diese hier, mit der ich jetzt gerade filme, also diesen Take hier drehe ich schon mit der Ace Pro, die war sogar schon in Marokko. Da ist Jan mit ihr durch die Wüste gedüst und ja, hat alles gut mitgemacht, obwohl sie wirklich ziemlich verstaubt war, als der Jan wieder kam. Aber ist auch egal. Und ja, in diesem Video will ich euch halt sagen, was ich so schätze an der Ace Pro, was sie besser macht als andere Action-Cams. Ich werde natürlich auch die Nachteile euch hier erzählen, klar. Und ja, wir starten mit einem kleinen Unboxing, dann zeige ich euch ein bisschen was zur Bedienung. Und dann natürlich vor allem machen wir eine Probefahrt hier auf meiner wunderschönen Honda CB1300, die ich heute mal rausgeschoben habe. Leute, es ist immer noch saukalt hier in Norddeutschland. Ich weiß gar nicht, wir haben glaube ich drei Grad. Und es ist auch mega windig. Deshalb nutze ich auch jetzt hier ein externes Mikrofon, damit ihr überhaupt irgendwas versteht. Also es sind wirklich immer noch unwirtliche Verhältnisse. Aber ist egal. Ich wollte jetzt endlich mal bei diesem Test raushauen. Wir haben die Kamera schon bestimmt irgendwie zwei Monate, glaube ich. Und jetzt ist es endlich mal an der Zeit, euch was zu dieser schönen Insta360 Ace Pro zu erzählen. Ich hoffe, ihr habt Kaffee und Gebäck bereitgestellt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video und schon geht das los. So, wir starten mal mit einem kurzen Unboxing hier. Der sehr schmucke Verkaufskarton der Insta360 Ace Pro. Da sieht man auch schon die ganzen Features und den Inhalt, den Lieferumfang, so ein paar tägliche Angaben. Wir schauen mal rein, was wir finden in der Verpackung. Da ist natürlich einmal die Insta360 Pro selbst. Und dann haben wir hier noch so einen Saugnapf. Den könnt ihr ans Auto kleben, an irgendeine Scheibe, an was weiß ich, sonst was. Dann haben wir noch ein USB-C Kabel und hier diesen, ja diesen magnetischen Klemmmechanismus. Kann ich ja gleich mal zeigen. Der wird hier unten, hier ist die Halterung dafür hier so reingeklickt und dann muss man einmal dran drücken und dann macht's klack und dann ist er auch bombenfest. Das ist insofern ganz geschickt, weil das ist ja hier diese GoPro-kompatible Halterung und wenn man jetzt zum Beispiel als Motorradfahrer mehrere Positionen hat, wo man die Kamera mal festmachen möchte, kann man sich halt hier von diesen Halterungen noch zusätzlich welche kaufen und an verschiedenen Positionen am Bike befestigen. Ja, das war's im Wesentlichen. Das war der Lieferumfang. Da gibt's ja noch so ein paar Aufkleber, Kurzanleitung, Garantienweise und so weiter. Das ist jetzt hier die Standard Edition, wenn ihr so wollt. Es gibt von der Insta Ace Pro mehrere Kits. Das ist das Standard Kit. Das kostet 479,99 Euro. Es gibt übrigens von der Insta 360 Ace Pro auch eine Ace Variante ohne Pro. Müsst ihr euch dann so vorstellen. Die hat dann allerdings keine Leica Kamera und hat auch nicht so einen großen Sensor. Also die ist ein bisschen günstiger. Die kostet dann 409 Euro. Aber ich ganz ehrlich, gut ich kenne jetzt die Ace nicht, aber ich würde euch immer zur Ace Pro raten. Einfach weil ihr hier dieses hochwertige Leica Objektiv habt. Das hat übrigens eine Brennweite von 16 Millimetern. Das ist das Kleinbild-Äquivalent. Also sehr weitwinklig und eine Lichtstärke von f2.8. Es gibt natürlich auch noch weitere Kits. Es gibt vor allem das sogenannte Motorrad-Kit. Das kostet dann 587 Euro. Da ist dann noch mal eine Halterung dabei, eine flexible Bekleberhalterung und eine Helm-Kinn-Halterung. Ja, weiß ich nicht. Glaube ich, muss nicht sein. Also das finde ich dann doch einen deutlichen Aufpreis. Über 100 Euro mehr für das Motorrad-Kit. Das braucht man glaube ich nicht. So, dann schauen wir uns mal die Kamera ein bisschen genauer an. Bedienelemente. Ja, hier sehen wir so ein internes Mikro. Da werde ich dann später auch noch mal euch ein Beispiel-Video zeigen. Also wie das klingt mit dem internen Mikro versus externes Mikro. Das ist der Startknopf. Hier geht die Kamera an und aus. Und dann haben wir hier den Schacht für, den kann man auch abnehmen. Den nehme ich mal ab. Hier seht ihr den USB-C Anschluss und die Mikro SD-Karte. Die kann man natürlich wechseln logischerweise, wenn man will. Bis zu ein Terabyte verträgt die Ace Pro. Ich habe diese Klappe hier eigentlich immer ab. Das solltet ihr aber, wenn ihr damit unter Wasser geht, nicht machen. Also die Kamera ist wasserdicht bis zehn Meter Tiefe ohne Gehäuse und bis ich glaube 30 Meter mit so einem extra Gehäuse. Und wenn ihr damit in den Gartenteich springen wollt und unter Wasser Aufnahmen machen wollt, ist eigentlich ganz witzig. Das habe ich auch schon mal mit einer anderen Action Cam gemacht. Das ist echt ziemlich gut die Qualität. Aber da muss natürlich die Klappe drauf. Ist klar. So, dann haben wir hier unten den internen Lautsprecher. Das hier ist jetzt die Klappe, hinter der sich der Akku verbirgt. Und dieser Akku, der hat es echt in sich. Der ist ziemlich groß. Von der Kapazität hier 1650 mAh sind das ist relativ viel für eine Action Cam. Und Insta selbst gibt die Akkulaufzeit an mit 100 Minuten. Und das stimmt tatsächlich. Also über eine Stunde. Das hängt natürlich immer so ein bisschen auch von dem Modus ab, indem ihr filmt. Aber über eine Stunde kriegt man immer locker hin. Und ja, ich würde sagen 100 Minuten, das sind dann ja anderthalb Stunden. Also das schafft man wirklich. Die Kamera ist wirklich sehr, sehr hat eine starke Akkulaufzeit. Finde ich auch nicht ganz unwichtig. Und auch die Akkuladedauer von 0 auf 100 Prozent geht hier in 45 Minuten über die Bühne, wenn man mit einem 30 Watt Ladegerät da rangeht. Das ist ein Quick Charge Akku. Quasi wie beim Handy. Vielleicht kennt ihr das von da. Also wirklich sehr schnell geladen. Und ja, das finde ich auch wunderbar, weil ich habe es schon oft gehabt, dass der Akku mal alle war. Und dann würde man ja nicht fünf Stunden warten, bis es weitergeht. Ja, was natürlich noch ein super Vorteil ist hier an der Ace Pro ist, dass die Rückseite hier hochklappbar ist. Das Display. Das ist ein riesen Display. Ich glaube 2,6 Zoll großes Display. Und ja, man kann es wie gesagt hochklappen. Das ist natürlich ein riesen Vorteil, dass wenn man mal ein Selfie Video drehen will, da bin ich. Dann kann man das einfach ja so hochklappen und sieht sich dann einfach. Bei anderen Action Camps ist es dann meist so, dass hier dieses Front Display dann zur Kontrolle dienen soll. Aber die sind natürlich immer relativ winzig. Und hier ist es halt so, dass man halt das komplette Display halt zur Videokontrolle hat. Das finde ich doch mal eine super innovative Angelegenheit. Ich weiß gar nicht, warum da noch kein anderer drauf gekommen ist. Es ist eigentlich ja sehr naheliegend, das so zu machen. Ich will euch nochmal so ein paar technische Daten sagen. Die Kamera hat einen riesigen Sensor. 1 zu 1,3 Zoll groß ist dieser Sensor und kann maximal in 8K drehen. Das kann ich euch auch mal zeigen. Hier 8K mit dann 24 Bildern pro Sekunde. Das ist jetzt nicht mein Lieblingsmodus, aber gut, der eine oder andere findet das vielleicht ganz knackig. Ich filme eigentlich immer in 4K und zwar mit 30 Bildern pro Sekunde. Warum? Weil dann automatisch hier die HDR-Funktion aktiviert ist, kann man das hier sehen. Die ist jetzt hell. Wenn ich jetzt hier eine höhere Bildrate einstelle, zum Beispiel 4K 60, dann kann man nicht mehr in HDR filmen. Also wenn ihr in 4K 30 dreht, habt ihr halt immer diese HDR, also quasi eine Technologie, die quasi dunklere Teile des Filmes dann aufhält und hellere Teile ein bisschen abdunkelt, sodass man eigentlich auch immer was sehen kann. Das kann man vor allem sehen, wenn man mal Wolken aufnimmt oder ein Sonnen, ja ein Sonnen, dann ist das immer sehr, sehr schnell ausgefressen. Nicht so bei der Ace Pro. Die korrigiert das hier mit dieser HDR-Funktion. Ja, 2K gibt es natürlich auch, 2,7K. Es gibt auch Full HD. Dann kann man sogar die Bildrate bis auf 240 FPS hochstellen, wenn man Slow-Mo-Aufnahmen machen möchte. Bei 4K sind maximal 120 Bilder pro Sekunde drin. Auch das reicht dicke für Slow-Mo-Aufnahmen. Und die Kamera nimmt auf mit maximal, na, wo habe ich das notiert, wo steht es denn hier, mit einer Bitrate von 170 Megabit pro Sekunde. Gut, das sagt jetzt dem ein oder anderen vielleicht nichts, aber so eine gute GoPro kommt da irgendwie auf 100 Megabit, meine ich, und hier sind es 170 Megabit. Das heißt, dieser Sensor und dieses wunderbare Laika-Objektiv fangen halt ja sehr, sehr viele Details ein und das braucht natürlich einfach ein bisschen Platz am Ende. Und deshalb diese extrem starke Videorate. Ja, dann gucken wir uns nochmal das Front-Display an hier. Was ich auch gut finde, ist, wenn ich jetzt eine Aufnahme starte, dann seht ihr hier dieses rote Licht. Das kann man wirklich sehen. Ja, das ist bei anderen Video, bei anderen Action-Camps ist das immer oft so ein bisschen futzelig und man sieht irgendwie gar nichts. Aber hier ist es tatsächlich gut zu erkennen, wenn man filmt. Und ja, zudem werden hier halt die technischen Daten angezeigt, also die Einstellungen, die ich gerade vorgenommen habe, in diesem Falle 4K 120 16 zu 9 Format. Hier seht ihr den Modus, Video-Modus und da oben seht ihr die Restaufnahme, Dauer 1 Stunde 32 Minuten, könnte ich jetzt hier auf der SD-Karte noch speichern. Das hängt natürlich immer davon ab, was man hier gerade für eine Video-Qualität eingestellt hat. Die wollen uns auch nochmal, die schalte ich jetzt mal wieder runter auf 4K 60, äh Quatsch 4K 30. Das ist wie gesagt der Modus, den ich am häufigsten nutze. Hier kann man die Stabilisierung einstellen, man kann sie natürlich auch ausstellen. Dann gibt es hier gering, Standard und hoch. Ich lasse sie eigentlich immer auf hoch. Ich wüsste gar nicht, warum ich da drauf verzichten sollte. Ja, Bildverhältnis 4-3 kann man einstellen. Ja, normalerweise für Video ist natürlich 16 zu 9 die beste Wahl. Und ja, genau. Was es hier noch gibt, ist die Möglichkeit, und das ist wirklich sehr gelungen, man kann hier einen Zoom aktivieren. Hier, dieses Symbol ist das. Jetzt habe ich gerade nichts im Bild, deshalb könnt ihr das nicht sehen. Ich mache es gleich nochmal. Und das ist jetzt der Zoom. Und jetzt mache ich ihn mal aus. Und dann seht ihr, das ist tatsächlich eine zweifache Vergrößerung ohne Verlust. Also das liegt an diesem 8K, an diesem riesigen Sensor. Da kann tatsächlich hier einfach eine Teleaufnahme machen, ohne dass jetzt die Qualität darunter sonderlich leiden würde. Da zeige ich euch dann später auch nochmal ein Beispiel Video dazu, zu diesem Tele-Modus, diesem Zoom-Modus. Ja, das sind hier die vier Blickwinkel. Da gibt es vier Stück. Action, Ultra-Wide, Dewarp und Horizont-Sperre. Das erkläre ich jetzt mal nicht. Das sind halt unterschiedlich, das könnt ihr auch schon sehen hier, das wird halt immer, man geht halt immer dichter ran. Das sind unterschiedliche Blickwinkel-Modi, die ich dann später euch während der Fahrt zeigen möchte. Da macht das natürlich viel mehr Sinn. Ja, die Einstellung, ich will das jetzt nicht hier, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Das würde sonst alles viel zu lange dauern. Was vielleicht noch ganz interessant ist, man kann hier AirPods per Bluetooth koppeln und dann als Mikro nutzen. Man kann auch andere externe Mikros als per Bluetooth koppeln, wenn das dann sein muss. Ich nutze eigentlich auf dem Motorrad immer einen TRS, also einen 3,5 mm Klinkenanschluss-Mikro. Das kann ich hier auch konfigurieren, wenn ich hier in die Einstellung gehe. Dann seht ihr hier externe Mikrofonverstärkung, steht jetzt auf minus 6 dB. Das ist immer so ein bisschen abhängig vom Mikro, was ich gerade nutze. Kann man hier halt auch einpegeln oder einregeln, wie man das gerne hätte. Ja, ansonsten, es gibt hier eine Gestensteuerung. Also da kann man, wenn man, was weiß ich, zum Beispiel, na, wo ist denn das, die Gestensteuerung da? Zeig es mal. Kann man aktivieren und dann ein Beispiel für eine Videogeste hier. Wenn ihr ein Video starten wollt, müsst ihr die Hand heben. Und wenn ihr ein Foto machen wollt, macht ihr hier so ein Victory-Zeichen. Dann macht ihr automatisch ein Foto. Genauso gibt es auch die Sprachsteuerung. Auch das funktioniert wunderbar. Könnt ihr halt, müsst ihr halt die Sprache einstellen. Und dann könnt ihr halt sagen Stop Recording, Start Recording. Und ja, das ist eigentlich auch eine ganz schicke Sache. Ich mache es mal wieder aus, weil ich das nicht nutze. Das irritiert mich immer so ein bisschen, weil ich immer das Gefühl habe, dass aus Versehen vielleicht mal die Aufnahme gestartet wird. Ja, gibt es hier noch irgendwas anzusehen? Ja, es gibt hier eine Windunterdrückung. Also jetzt bin ich in den Audio-Einstellungen, seht ihr ja. Und die Windunterdrückung funktioniert aber leider nur mit dem internen Mikrofon. Das funktioniert nicht mit dem externen Mikrofon. Das finde ich ein bisschen schade. Das habe ich Insta360 auch schon mitgeteilt. Und da hat man mir gesagt, ja stimmt, das ist tatsächlich irgendwie durchgeflutscht. Da soll es dann irgendwann ein Firmware-Update geben, sodass man dann auch mit dem externen Mikro tatsächlich eine Windunterdrückung hat. Wenn ich jetzt hier ein externes Mikro anschließen würde, würde der automatisch auf Stereo umstellen. Was wie gesagt mir jetzt nicht so wichtig ist. Ich fände eine Windunterdrückung im Helm eigentlich auch sinnvoller. Wobei auch das werdet ihr später noch sehen. Die Audioqualität ist schon sehr, sehr gut mit dem externen Mikro im Helm. Also da habe ich eigentlich auch nichts zu meckern. Das ist ganz wichtig. Der Pure Video Modus. Der ist dazu da, wenn ihr im Dunkeln filmen wollt, dann wird die Qualität nochmal ein bisschen verbessert. Da werde ich euch dann später auch nochmal ein Beispiel zeigen. Aber standardmäßig nutzt man natürlich den Video Modus. Ja, das soll mal reichen zum Thema Bedienung. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal raus. Und ich zeige euch mal die Bildqualität auf dem Motorrad. Und außerdem seht ihr die vier unterschiedlichen Blickwinkel, die die Insta360 Ace Pro bereitstellt. Also bitte dranbleiben. So, dann starten wir mal unsere Probeaufnahmen. Ich habe jetzt eingestellt den weitesten Blickwinkel. Der nennt sich hier Action bei der Insta360 Ace Pro. Hier seht ihr auch die GPS Remote. Kann ich immer wunderbar kontrollieren, was da gerade so abgeht. Ja, dieser Action Modus, das ist halt der breiteste Blickwinkel, den man hier einstellen kann bei der S Pro. Und das mag ich persönlich am liebsten. Ist so ein bisschen Geschmackssache. Aber ich mag es deshalb gerne, weil ich halt sehe halt immer unheimlich viel hier von meinem Motorrad. Das Cockpit, den Lenker, die Schalter und so weiter. Und ich sehe eben auch genug quasi von der Straße. Allerdings ist es natürlich so, dass bei diesem breiteren, weitwinkligen, ultra weitwinkligen Modi die Bildschirmränder immer so ein bisschen verzerren. Ich weiß nicht, ob ihr das hier sehen könnt. Was ist denn hier los? Tempo 30. Naja, egal. Also man sieht tatsächlich so ein bisschen, ich halte dazu mal an, dann kann man es glaube ich noch besser sehen, wenn jetzt hier irgendwelche Bäume wären, jetzt sind hier gerade keine Scheiße, aber egal, dann werden die halt teilweise so ein bisschen schräge, so ein bisschen verzerrt dargestellt. Ihr wisst schon, was ich meine. Aber damit das nicht passiert, gibt es hier bei der Insta360 Ace Pro weitere Blickwinkel und die schauen wir uns jetzt mal an. Ultra Modus. Finde ich ein bisschen von der Benamtsung her verwirrend. Ich hätte jetzt immer gedacht, Ultra ist quasi der breiteste, aber ist jetzt der zweite Blickwinkel, ist ein bisschen enger. Also man sieht jetzt, könnt ihr ja wahrscheinlich erkennen, man sieht ein bisschen weniger jetzt vom Cockpit. Aber dafür ist es halt nicht ganz so verzerrt an den Seiten. Und ja, insgesamt gibt es vier unterschiedliche Blickwinkel. Die schauen wir uns jetzt alle nacheinander an. Als nächstes kommt dann der D-Warp Modus. Moment. Jetzt der D-Warp Modus. Ich bleibe jetzt mal stehen. Und das ist halt ein Modus, bei dem halt die Insta360 Ace Pro versucht, und das funktioniert auch eigentlich sehr gut, muss ich sagen, die schrägen Elemente an den Seiten halt gerade darzustellen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann, aber es funktioniert und das wird natürlich per Software gemacht. Dazu wird quasi reingekroppt in das Bild. Deshalb ist jetzt auch der Blickwinkel ein bisschen enger als bei dem Ultra und bei dem Action Modus. Aber dafür hat man halt gerade, ja, gerade Gebäude, gerade Bäume und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Und das, denke ich mal, ist eigentlich auch eine ganz sinnvolle Option, die man hier hat. So, der vierte und letzte und engste Blickwinkel nennt sich hier bei der Insta360 Ace Pro Horizont Sperre. Und dieser Modus macht genau das, was der Name vermuten lässt. Also ich bewege jetzt hier meinen Helm wie ein Wilder. Das könnt ihr natürlich jetzt nicht sehen. Zumindest dürftet ihr das nicht sehen können, weil dieser Modus halt dafür sorgt, dass der Horizont immer gerade ist. Egal, wie ich meinen Helm halte. Auch wenn ich jetzt hier durch diese Kurve fahre. Jetzt habe ich A so ein bisschen Steglage und B halte ich natürlich auch meinen Helm ein bisschen anders. Aber trotzdem sollte das alles für euch zumindest gerade aussehen. Nicht gerade aus, sondern gerade aussehen. Und ja, das waren die vier Blickwinkel. Die wollte ich euch mal gezeigt haben. Gleichzeitig solltet ihr natürlich auch einen Eindruck von der Bildqualität bekommen. Nun ist es heute leider wieder mal, wie immer hier in Glöckstadt oder in Norddeutschland gerade, weder sonnig noch besonders einladend. Das Wetter ist eher so ein bisschen trübe. Also insofern kann das sein, dass die Bilder jetzt nicht so besonders stark aussehen. Aber wie gesagt, da kann jetzt die Kamera nichts für. Ist halt immer so eine Glückssache, ob man halt gerade gutes Wetter hat oder nicht. Aber ich wollte dieses Video jetzt endlich mal online stellen. Insofern muss man damit leben, dass das jetzt hier nicht sehr kontrastreich ist. Ja, was ich euch jetzt mal zeigen möchte, ist eine Besonderheit, die ich auch so bei noch keiner anderen Actioncam gesehen habe. Und zwar kann man hier einen Zoom aktivieren bei der Insta360 Ace Pro. Der ist jetzt auch aktiv und das eignet sich besonders gut für solche Aufnahmen, wenn man irgendwie ja das Motorrad mal zeigen will oder vielleicht auch sogar ein bisschen mehr so Details rausarbeiten will. Man muss allerdings immer so einen Mindestabstand einhalten. Ich glaube, der liegt hier bei 60 Zentimetern bei der Ace Pro. Wenn man den nicht einhält, dann wird es halt unscharf. Kann ich ja mal zeigen. Ich gehe hier mal ran und da seht ihr die GPS-Fernbedienung. Wahrscheinlich seht ihr sie jetzt nicht, weil sie halt unscharf ist. Aber generell ist das schon eine coole Sache mit diesem Digital-Zoom. Und ja, ich will mal jetzt umschalten. Und während ich umschalte, setzt der Ton einen kleinen Moment aus. Deshalb halte ich mal eben die Klappe. So, jetzt sollte eigentlich das alles wieder funktionieren. Und das ist jetzt halt die gleiche Position. Ich filme hier im Blickwinkel Ultra und jetzt ohne Zoom. Da bin ich natürlich weiter weg. Und insofern finde ich diesen Zoom, diesen Tele, oder wie auch immer ihr das nennen wollt, das ist halt eine zweifache, digitale, verlustfreie Vergrößerung. Das liegt halt daran, dass dieser Ace Pro halt diesen riesen Sensor hat. Da funktioniert das einfach ganz gut. Und das ist wirklich eine prima Sache. Im Grunde genommen könnte man eigentlich sagen, könnte ich so einen Motorradtest jetzt auch ohne andere Kameras machen. Ich bräuchte eigentlich nur die Ace Pro, weil sie halt nicht nur fürs Fahren geeignet ist, sondern eben auch für solche Nahaufnahmen. Das ist schon ganz geil. Jetzt vergleichen wir mal die Bildqualität mit und ohne Stabilisierung. Auf der linken Seite seht ihr das Video ohne Stabilisierung. Und rechts habe ich die Stabilisierung eingeschaltet auf hoch. Und deshalb ist das hier sehr schön ruhig. Ja, Zubehör gibt es natürlich auch wieder jede Menge für die Insta360 Ace Pro. Ich habe hier von Insta360 so zwei, drei Sachen bekommen, die ich sehr sinnvoll finde. Zum Beispiel hier diesen sogenannten Multimount. Hier steht er, passt jetzt nicht so ganz ins Bild. Das ist letztendlich ein Stativ. Und dieses Stativ, das kann man halt hier so als Dreibein hinstellen. Da oben kommt dann halt die Action Cam ran und dann kann man halt so wunderbar das auf den Tisch stellen und sich selbst filmen. Man kann es aber auch, wenn es hier so zusammenklappt, eigentlich wunderbar als so eine Art Selfie Stick benutzen. Das müsst ihr euch jetzt so vorstellen. Wenn da hinten jetzt die Ace Pro dran ist, dann habe ich halt eine wunderbare Entfernung. Und das Ganze kann man dann natürlich auch hier so kompakt zusammenklappen. Finde ich eigentlich ganz schick. Ist jetzt kein Muss, aber das finde ich ganz schick. Muss ist aber ohne Frage dieses Zubehör. Das ist der Mikroadapter speziell für die Insta360 Ace Pro. Die sind leider nicht untereinander kompatibel. Wenn ihr jetzt eine RS habt, zum Beispiel eine Insta360 RS, und ihr habt schon so einen Mikrofonadapter, dann habt ihr euch zu früh gefreut, der passt nämlich nicht. Also ihr müsst schon den speziellen Mikroadapter für die Insta360 Ace Pro dazukaufen. Ist aber nicht allzu teuer. Kostet, ich glaube, 22 Euro oder so. Und der hat hier einen USB-C Anschluss. Der wird hier hinten einfach so reingeklippt. Zack. Und dann könnt ihr hier halt, da ist halt ein 3,5 mm Klinkenanschluss, da euer TRS-Mikrofon anschließen. Und dann habt ihr einen externen Mikroanschluss. Das ist irgendwie, ja, ich würde sagen, für uns Motorradfahrer eigentlich muss, wenn man im Helm Aufnahmen macht, hat man da ja ein externes Mikro. Und dazu brauchen wir dann einfach so einen Mikroadapter. Ja, noch viel geiler ist das hier. Das ist die sogenannte GPS Preview Remote. Also eine Fernbedienung, die ihr euch dazu kaufen könnt. Und das ist auch sehr schick gemacht hier, diese ganzen Verpackungen. Das ist alles super wertig. Und ja, diese Fernbedienung, hier ist sie, ganz klein. Da ist auch ein Ladegerät dabei. Das habe ich jetzt hier nicht gerade zur Hand, aber das wird dann hier einfach draufgelegt, wie so eine Ladeschale beim Smartphone. Was daran so besonders cool ist, zeige ich euch gleich. Hier in diesem Schächtelchen findet ihr noch zwei Armbänder, nenne ich das mal. Das ist hier ein Standardarmband. Das ist tatsächlich dazu gedacht, um das hier am Arm zu tragen, wie eine Uhr. Da kommt dann hier die Fernbedienung rein und dann geht es los. Und das hier ist natürlich für uns Biker noch viel wichtiger. Das ist eine Halterung für den Lenker. Kann man hier in unterschiedlichen Breiten reinklippen. Also es geht auch für Fahrräder und eben auch für Motorräder mit jedweder Lenkergröße. Das ist wunderbar. Da kommt es halt rein und dann wird es hier reingestopft. Und ja, was kann diese Fernbedienung? Ich mache sie mal an. Das ist, wie der Name schon sagt, eine Fernbedienung. Das heißt, ihr könnt die Insta360 damit steuern, also Aufnahmen starten und stoppen. Und nicht nur das, sondern ihr habt auch eine Preview. Das will ich euch jetzt gleich mal zeigen. Also erstmal ist es so, ich hoffe, ihr könnt das hier sehen. Wenn ich jetzt die Fernbedienung anschalte, was ich gerade gemacht habe, dann schaltet sich schon mal auch die Kamera an, die S-Pro. Und das ist insofern nicht ganz unwichtig, als dass man ja die Kamera in der Regel dann am Helm hat oder irgendwo am Motorrad. Und die will man ja nicht immer anhaben. Das würde ja quasi unnötig Energie verbrauchen. Und das genau, das funktioniert hier mit dieser Fernbedienung wunderbar. Das heißt, ich kann, wenn ich jetzt hier die Fernbedienung ausschalten würde, das mache ich dann zum Schluss dieses Takes, dann würde halt die S-Pro auch ausgehen, wenn ich das will. Und das ist der eine Vorteil. Und der zweite Vorteil ist, und das kann man jetzt hier schon erahnen, ich habe halt eine Preview. Also ich kann hier halt genau sehen, was die Kamera gerade, was gerade vor der Kamera stattfindet. Und ich kann halt hier die Aufnahmen starten und stoppen. Ich mache jetzt mal an, zack und aus. Ihr seht jetzt den roten Punkt da hinten leuchten bei der Ace Pro. Wenn ich jetzt ausmache, geht das wieder aus. Und ich kann halt auch sämtliche Einstellungen hier vornehmen an der Fernbedienung, die ich normalerweise an der Kamera vornehmen müsste. Also hier zum Beispiel, das habt ihr vorhin ja schon gesehen, die einzelnen Modi. Ich kann auch hier einstellen, welche Auflösung ich filmen will. Ich stelle mal wieder auf 4K mit 30 Bildern pro Sekunde. Stabilisierung an, aus. Und ja, all diesen ganzen Schnickschnack, wie gesagt, den ich normalerweise an der Kamera selbst einstellen muss. Auch den Blickwinkel hier zum Beispiel, kann ich mal auf Action umstellen. Kann ich alles hier einstellen. Das ist wirklich der Oberhammer. Das ist so praktisch, Leute. Glaubt man nicht. Weil man einfach, ja, quasi ja nicht mehr mit der Kamera rumfummeln muss, sondern man macht das halt alles. Also ich habe es zumindest jetzt in den letzten Videos immer so gemacht. Ich habe halt diese tatsächlich am Lenker und steuere damit die Aufnahme und die Einstellung. Und das ist sehr, sehr praktisch. Und nicht nur das. Hier ist auch ein GPS-Empfänger drin. Und der sorgt dafür, dass wenn ich jetzt eine Aufnahme starte, quasi die GPS-Daten hier in dem Video-File, in dem MP4-File mit gespeichert werden. Und das kann ich dann später mit der Insta360 Studio-App verarbeiten. Das heißt, ich kann in dem Video jetzt GPS-relevante Daten einblenden. Das zeige ich euch gleich mal. Und das ist wirklich, das ist total geil, finde ich. Das ist ein bisschen Spielkram, aber ich stehe ja total drauf. Also ja, das finde ich einfach sehr gelungen. Jetzt will ich nochmal zeigen, wie ich hier die beiden Kameras, die beiden Geräte gleichzeitig ausschalte. Ich tippe hier auf den An- und Ausschalte und sage hier, nö, brauche ich nicht mehr. Mach mal aus. Und jetzt geht die Kamera aus. Also da, sie ist schon ausgegangen. Und die Fernbedienung geht auch aus. Wunderbar. Und wenn ich jetzt hier wieder anschalten würde, würde halt die Kamera auch wieder angehen. Also das ist wirklich ein super geiles Ding. Hier kostet ein paar Euro zugegeben, aber das würde ich euch unbedingt empfehlen. Und das ist für mich auch einer der Gründe, warum ich finde, dass die Ace Pro tatsächlich die beste Action-Camp vom Motorradfahrer ist. Ich weiß, es gibt auch Fernbedienung von den anderen Herstellern, aber die haben halt kein Vorschaubild. Und dann ist das Ganze ja so ein bisschen witzlos. So, jetzt zeige ich euch mal diese Videoclips mit diesen GPS-Informationen, die man hier einblenden kann, wovon ich eben sprach. Und dann werdet eure, ja, da werdet ihr, na, wie sagt man so schön, dann wird euch die Kinnlade runterfallen. So geil ist das. Gell? Der Modus, den ich persönlich eigentlich am liebsten nutze, weil ich das einmal ganz gerne habe, wenn ich möglichst viel vom Bike sehe, also das Cockpit und so ein bisschen den Lenker und natürlich auch ordentlich was von der Straße, von der Umgebung. Also es ist einfach der breiteste Bereich, um es kurz zu machen. Und, ähm, ja, das ist immer so ein bisschen Geschmackssache. Der eine mag es lieber, wenn man... Ja, was ich auch mal kurz zeigen möchte, ist, wie schnell die Kamera reagiert. Wenn ich sie jetzt hier per USB-C an meinen Computer anschließe, kommt sofort die Frage Android- oder Laufwerkmodus. Wenn ich auf Laufwerkmodus stelle, erscheinen dann auch die Dateien auf meinem Rechner und ich kann jetzt die Sachen hier rüber kopieren. Also ich muss nicht die SD-Karte hier rausprökeln, sondern das geht auch wunderbar per USB-C, auch super schnell. Und ganz ehrlich, das ist jetzt vielleicht nichts Besonderes. Aber wenn ich das mal zeigen würde, wenn ich das mit meiner GoPro mache, würdet ihr euch wundern, wie lange das da dauert, bevor da irgendwas passiert, geschweige denn erscheint. Also das ist hier bei der Insta Ace Pro auch alles irgendwie more convenient, Digga. So, kleiner Audio-Check muss natürlich auch sein. Äh, ich filme jetzt ohne externes Mikro. Also ich nutze das interne Mikro im Ultra-Modus und, ja, ich sehe das Mikro hier vorne. Die Kamera ist jetzt gleich einen halben Meter von mir entfernt. Und jetzt gehe ich mal hinter die Kamera. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier hinten ein Mikro gibt. Auf jeden Fall klingt das so, wenn ihr quasi die Kamera von euch weg haltet. Und so klingt es frontal, wie man ja das wahrscheinlich normalerweise immer nutzt. Finde ich gar nicht so unwichtig, diesen Test, weil man ja nicht immer ein externes Mikro mit sich rumschleppen will. Aber jetzt hören wir mal, wie das Ganze mit dem externen Mikro und dem Mikroadapter klingt. So, jetzt ist gleich nochmal mit dem externen Mikro, kann man das sehen. Ich denke schon, das ist jetzt wieder dieses Speedlink TRS Lavalier Mikrofon für 10 Euro. Und ja, ich denke, man kann das schon hören. Das ist einfach ein Unterschied. Die internen Mikros sind nicht schlecht, es gibt ja auch mehrere. Auch bei der Ace Pro, aber gegen so ein externes Mikro kommt es einfach nicht an. Vor allem natürlich, was die Windgeräusche angeht. Also ich würde jetzt mal tippen, dass ihr jetzt überhaupt keine Störgeräusche habt, obwohl das ein bisschen windig ist. Aber das ist mit so einem externen Mikro einfach immer cooler. Also es lohnt sich wirklich, das zu kaufen. Ja, was ich euch auch nochmal ganz kurz zeigen möchte, ist die App, die Insta360 hier zur Verfügung stellt für iOS und auch für Android-Smartphones. Die kenne ich schon ein bisschen länger, weil ich die halt auch hier mit der Insta X3 gerne nutze. Das ist hier diese 360-Grad-Kamera von Insta, um die es jetzt heute nicht geht. Aber auf jeden Fall wollte ich das nochmal gesagt und gezeigt haben. Hier ist jetzt die App und ich werde jetzt mal versuchen, hier eine Verbindung aufzunehmen. Die ist auch sehr schön grafisch gelöst. Sie erkennt jetzt im Hintergrund die Insta360, verbindet sich jetzt über WLAN. Und ja, dann kann ich, oh jetzt gibt es gerade noch Firmware, guck mal hier, das passiert auch öfter mal. Also man merkt einfach, ich breche das jetzt mal ab hier, dass Insta360 da auch ständig weiterentwickelt. Das ist eigentlich sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr angenehm. Man merkt irgendwie, dass die, ja, einfach nicht nur eine Kamera hinstellen und sagen, so jetzt hast du sie gekauft, jetzt hast du, jetzt musst du damit leben. Sondern sie sind auch dabei, die ständig zu verbessern. Ja, das ist jetzt diese Vorschau. Also ich kann natürlich mit dieser App hier ganz normal Fernbedienende Aufnahme starten und stoppen. Und die ganzen Einstellungen, die ihr vorhin gesehen habt, die ich an der Kamera oder auch an der Fernbedienung vornehme, kann ich natürlich auch vornehmen. Aber darum geht es eigentlich gar nicht. Was ich zeigen wollte, ist, hier beim Thema Bearbeiten kann ich Videos erstellen. Und das ist für alle die interessant, die vielleicht für Insta oder für TikTok oder so, für irgendwelche Social Media Netzwerke unterwegs mal was erstellen wollen. Ich zeige das jetzt nicht, keine Sorge, das wird auch ein bisschen lang dauern. Aber da kann man hier halt ein Video auswählen und dann kommt hier ein komplettes Schnittprogramm. Hier, ich weiß nicht, ob ihr das, wenn ihr Schnittprogramme kennt, werdet ihr diese Spuren kennen. Da kann ich halt Übergänge definieren. Ich kann Texte einblenden. Ich kann eine Musik mir dazu aussuchen, was weiß ich hier, Travel the best way, keine Ahnung, was das jetzt für eine Mucke ist. Ist auch egal. Auf jeden Fall kann man es halt mit Musik hinterlegen, das Ganze und Effekte hinzufügen und so weiter und so weiter und dann halt danach hochladen. Und das ist doch mal eine sehr innovative Geschichte. Und jetzt komme ich zu einem wesentlichen Teil, das funktioniert auch alles. So, warum sage ich das? Ich habe schon wirklich viele, viele andere Apps auch von anderen Herstellern ausprobiert und das funktioniert nicht immer so gut. Da verlieren die die Verbindung und was weiß ich, was da mal alles passieren kann. Und bei der Ace Pro ist es einfach so, das ist einfach eine zuverlässige Kamera. Also man merkt irgendwie, das Ganze ist dann doch ausgereift. Und das macht einfach Spaß, mit dieser Kamera umzugehen. Also das wollte ich noch mal erwähnt haben, weil ich diese Zuverlässigkeit auch für einen wesentlichen Aspekt halte bei einer Action Cam. Was nützt mir die beste Action Cam, wenn ständig der Akku abkackt oder die Aufnahme einfriert oder so. Das ist doch alles Kokolores. Und ehrlich gesagt, ich will jetzt keine anderen Hersteller blamen, aber ich tue es jetzt doch mal. Bei unseren GoPro Kameras ist uns das wirklich häufig passiert. Und das ist jetzt endlich vorbei. Und insofern bin ich auch ganz stolz auf diese Kamera. Aber was ich auch noch mal zeigen wollte, jetzt gibt es ein bisschen Werbung, Leute, müsst ihr jetzt mit leben, ist dieses Mikrofon. Das habt ihr vorhin gehört bei den Aufnahmen. Das ist dieses Speedlink-Mikro. Ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt habe. Das kostet 10 Euro, glaube ich. Ich packe noch mal einen Link in die Videobeschreibung. Und dieses Mikro, also ich habe in meiner langen, langen YouTuber-Karriere schon, ich weiß nicht, wie vieles Lavalier-Mikrofone ausprobiert. Und das ist einfach ein super Mikro, es ist günstig und es ist halt so ausgepegelt, dass es nicht übersteuert. Wenn ihr das schon mal ausprobiert habt, werdet ihr festgestellt haben, bei vielen Mikros, die sind dann, die übersteuern, da kratzt es dann oder sind zu leise oder zu laut. Und hier beim Speedlink TRS Lavalier ist das einfach eine perfekte Sache. Also wenn ihr euch ein Mikro gönnen wollt für nur 10 Euro, schaut mal in der Videobeschreibung, da findet ihr den Link. Ja, die Fotoqualität soll natürlich auch noch mal zu Wort kommen oder ins Bild kommen. Hier seht ihr Aufnahmen im 4 zu 3 Format. Das ist dann die höchste Auflösung. 48 Megapixel werden die Fotos groß. Das sind jetzt unterschiedliche Blickwinkel und ja, ich finde die Bildqualität ist ungefähr vergleichbar mit sehr, sehr guten Smartphones. Jetzt habe ich noch mal eine Aufnahme im 16 zu 9 Format gemacht, das Bildschirm füllen. Dann geht die Qualität allerdings runter auf, ich glaube 36 Megapixel. Aber das sieht doch alles sehr gut aus, muss ich sagen. Auch das finde ich eine schöne Sache, wenn man das alles mit der Ace Pro machen kann. Und jetzt habt ihr es gleich geschafft. Jetzt kommt noch mal ein Vergleich des Pure Videomodus bei wenig Licht mit dem normalen Videomodus. So, liebe Leute, eine Sache bin ich euch noch schuldig. Und zwar die Beantwortung der Frage, wie sich dann die Insta360 Ace Pro bei Lowlight schlägt. Und ja, ich zeige jetzt keinen Vergleich. Ich zeige aber zwei Clips. Und zwar einmal diesen hier, den ich im Pure-Modus drehe. Das ist der Modus, der quasi optimiert ist für Lowlight-Situation. Ihr seht ja, die Autos haben alle Licht an. Man kann, glaube ich, auch jetzt hier die Beleuchtung im Cockpit erkennen von meiner Honda. Und ja, danach zeige ich euch noch mal eine Aufnahme im normalen Videomodus. Wobei, ich habe es schon zwei, drei Mal ausprobiert. Und ich war, ehrlich gesagt, ganz überrascht, dass die Insta360 Ace Pro auch im normalen Videomodus schon einen sehr, sehr guten Job macht bei Lowlight. Also der Unterschied ist jetzt im Pure-Modus so groß nicht. Aber was ich euch auch sagen kann, ist, dass die Insta360 Ace Pro im Vergleich zu anderen Actioncams, und gerade bei wenig Licht, na ja, übertreibe ich jetzt, also sehr gute Aufnahmen hinzaubert. Dass ich natürlich an diesem großen Sensor, der hier verbaut ist, der größte Sensor aller Actioncams, meiner Meinung nach, 1 zu 1 Drittel. Und logischerweise, je größer der Sensor, desto mehr Licht kann eingefangen werden. Und ja, das ist schon echt geil. Also natürlich ist die Qualität jetzt nicht so gut wie bei Sonnenschein, das ist ja auch logisch. Aber sie ist schon wirklich, finde ich, verdammt gut. So, und jetzt schalte ich nochmal um in den normalen Videomodus, damit ihr diesen Unterschied vielleicht auch nochmal sehen könnt. Moment. So, das ist jetzt der normale Videomodus. Übrigens, beide Lowlight-Aufnahmen habe ich jetzt hier wieder mit in 4K mit 30 Bildern pro Sekunde gedreht. Ich habe da also nichts geändert, auch nichts am Blickwinkel. Das ist jetzt der Blickwinkel Action, glaube ich, hier oder Ultra. Wahrscheinlich Action, weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall, so sieht es halt aus. Und ja, es ist jetzt 18 Uhr. Vergesst bitte die Anzeige da vorne. Die Zeit ist hier nicht richtig gestellt. Es ist 18 Uhr und wir haben den, was haben wir denn heute, 20. Februar. Also es wird schon sehr dunkel. Das ist noch nicht richtig duster, aber es ist schon relativ dunkel. Und ja, wie ich eben schon sagte, normale Action-Cams kacken jetzt regelrecht ab, um es mal salopp auszudrücken. Und die Ace Pro, die kriegt hier immer noch was auf die Leinwand gezaubert, was man dann auch benutzen kann. Also das finde ich schon, finde ich schon bemerkenswert. Und das ist sicherlich auch einer der großen Vorteile an dieser Action-Cams. Ja, liebe Leute, das war unser Video zur Insta360 Ace Pro. Ich flamme jetzt mal ganz bewusst so ein bisschen gegen die Sonne, damit ihr mal schaut. Aber damit hat das überhaupt kein Problem, das Gerät. Es ist ja eine Auto-HDR-Funktion jetzt aktiv. Wunderbar, so soll das sein. Und ich habe jetzt die Kamera auf diesem Selfie-Stick, auf dieses Stativ, was ich vorhin gezeigt habe, drauf gemacht, damit ihr das auch mal seht. Also der Abstand ist jetzt ein bisschen größer als vorhin. Und ja, ich nutze immer noch, was heißt immer noch, ich nutze jetzt wieder das interne Mikro. Darauf kam es mir eigentlich noch mal an, dass ihr das noch mal hören könnt, wie das von der Qualität ist. Es ist jetzt auch hier ganz schön windig. Da bin ich jetzt selbst mal gespannt, ob das interne Mikro jetzt hier rumzickt oder ob das funktioniert. Also ob quasi die Audio-Qualität auch in Ordnung ist. Ja, insgesamt wirklich eine tolle Kamera, muss ich sagen. Wie gesagt, wir setzen die Ace Pro jetzt eigentlich ausschließlich ein. Zumindest, wenn sie gerade vor Ort ist. Wir haben ja nur eine. Wir sind ja mehrere Personen. Aber ich, wenn ich damit, wenn ich Motorräder teste, dann nutze ich jetzt eigentlich nur noch die Ace Pro. Einfach, weil sie so praktisch ist und weil ich auch die Bildqualität einfach super gut finde. Schreibt bitte mal eure Meinung in die Videobeschreibung, was ihr von dieser Kamera haltet. Vor allem, wie ihr die Videoqualität empfunden habt. Und ja, das soll es gewesen sein. Damit grüße ich euch. Ich stelle mich noch mal hier schön vor diesem wunderbaren Efeu. Hinter mir brüten übrigens ein Amselpärchen. Das kann man jetzt aber, glaube ich, nicht sehen. Und kleine interessante Informationen zum Schluss. Ja, das war's. Ich grüße euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und sage Tschüssinger. Bis bald. Achso, übrigens, bis bald ist gut. Ich fliege morgen, nee, übermorgen nach Lanzarote. Und da werde ich dann die Yamaha MT-09 für euch testen. Dann nehme ich die Ace Pro dann auch wieder mit. Und vielleicht habt ihr ja Interesse an der neuen MT-09. Schaut mal wieder dann rein auf unserem Kanal. Vielleicht sehen wir uns dann ja wieder. Macht's gut, bis dann. So geht's weiter. Tschüss. 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 줄 salen. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020